Ich... ich hatte Angst. Ich hörte ein Out und es klang nicht wie unseres. Das sind genau das, was unser Land jetzt braucht. Die Menschen müssen endlich die Wahl erfahren. Ein für alle Wahl. Was unser Land braucht, ist Gerechtigkeit. Ja, sagen Sie nichts. Ich dachte mir auch immer, nur ja, kein Wort. Am besten gar nicht sein. Der Tod und das Mädchen. Selbst wenn dieser Mann jener Doktor wäre, was gibt dir das Recht ihn zu foltern, zu knebeln und mit einer Waffe zu bedrohen? Da er mich nicht getötet hat, wäre es wohl nicht fair, ihn zu töten. Gut, dass du das auch so siehst, Paulina. Denn es war mir nicht. Wenn du vorhast, ihn umzubringen, dann musst du mich zuerst holen. Soll ich noch nichts von mir auf, wie stupid. Auf. Soll ich dich einschlag? Soll ich noch mal, was ich bei dir? Soll ich mich nicht. Soll ich mich dazu. Soll ich sag mal dieses Zahne. Und das, was mein Dank. Vielen Dank.